Bei mir ist der Sieger des 16 Kermit Gold Tournament 2017, Ilya Dragunov. Anlauf von Dragunov! Top-in von Moskau! Das ist es! Der Sieger! Der Sieger! Den direkten Weg an die Spitze! Unified World Wrestling Championship! Der größte Titelkampf, den es jemals in der Wegsweg gab. Avalanche! Oh mein Gott! Er hatte doch seine Titelchance! Ilya Dragunov hat es so verdient, heute Champion zu werden. Der 30er muss brechen, damit meine Ruhe auf dem Thron sicher ist. Schau an das, face to face! Nur ein Mann wird der neue Nummer-one-Kontender getrennt. Wo ist der Herzschlag? Wo ist das Herzrasen? Wo ist die Herausforderung, die einen Menschen formt? John Klinger! Du bist ein Opportunist! Ein absoluter Opportunist! Und der Tritt in die Leiste! Typisch Rice! Und Rice prügeln auf ihn ein! Mit einer Hand beendet John Klinger skandalös die zweite Titelregentschaft von Jörn Simmonds! Ich bin die Nummer eins! 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 John Badbones Klinger! David Starr in Ilya! Ich bin die Nummer eins! 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 Und er wird nach John Klinger! Für mich ist das kein Titel-Shot! Für mich ist das nicht Geschichte-Schreibe in der WXW! Bei jedem Gottverdanten WXW-Event zeigen wir, wie dominant Rice ist und wer den Ton angeht! Und Dragunov führt hier den Angriff an der Allianz der WXW gegen Rice! Und was ist das hier für ein Chaos denn? Was braucht es noch, um hier das Ende zu bringen? Ich bin passungslos, ganz genauso wie John Klinger! Torpedo Moskow vom zweiten Seil! Und der erste Schritt des Saren zu seinem Thron! Denn du hast vielleicht einen Pack! Du hast vielleicht den Gürtel! Du hast nichts gegen mein Herz! Du hast nichts gegen meinen Verstand! Und du hast nichts gegen meinen Schädel! Du hast einfach dazu gewonnen! Du hast dein Gürtel! Du hast eins gegen deine Güter Maurice gegeben! Vielen Dank.